Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Dieser Fall und das darauf folgende Urteil haben Menschenrechtsaktivisten, Diplomaten und Politiker gleichermaßen alarmiert. Hintergrund des Falls Mark H., der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, zog vor etwa fünf Jahren nach Belarus. Dort arbeitete er in der IT-Branche und lernte die Frau kennen, die später sein Opfer wurde. Die genauen Umstände des Mordes sind umstritten, aber das belarussische Gericht entschied, dass er vorsätzlich und mit besonderer Grausamkeit gehandelt habe. Während des Prozesses behauptete Mark H., dass es sich um einen Unfall gehandelt habe und dass er unschuldig sei. Reaktionen aus Deutschland und Europa. Die deutsche Bundesregierung verurteilte das Urteil aufs Schärfste und rief Belarus dazu auf, die Todesstrafe auszusetzen. Außenministerin Annalena Baerbock sagte in einem Statement, Die Todesstrafe ist eine unmenschliche und grausame Strafe. Wir fordern die belarussischen Behörden auf, dieses Urteil zu überprüfen und Gnade walten zu lassen. Auch die Europäische Union kritisierte das Urteil und erinnerte Belarus daran, dass die Todesstrafe gegen die europäischen Werte und Menschenrechtsnormen verstößt. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch verurteilten ebenfalls das Urteil und die Praxis der Todesstrafe in Belarus. Die Anwendung der Todesstrafe ist eine eklatante Verletzung des Rechts auf Leben, sagte Marie Struthers, Direktorin für Osteuropa und Zentralasien bei Amnesty International. Wir fordern die belarussischen Behörden auf, das Urteil sofort aufzuheben. Belarus ist das einzige Land in Europa, das noch die Todesstrafe vollstreckt. Seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991 wurden nach Angaben von Menschenrechtsgruppen mehrere hundert Menschen hingerichtet. Die Verfahren sind oft von mangelnder Transparenz und dem Fehlen fairer Gerichtsverfahren geprägt, was international scharf kritisiert wird. Die belarussische Regierung verteidigt die Todesstrafe als Abschreckungsmittel gegen schwerwiegende Verbrechen. Präsident Alexander Lukaschenko hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass die Todesstrafe notwendig sei, um die Sicherheit im Land zu gewährleisten. Menschenrechtsorganisationen widersprechen dem und argumentieren, dass die Todesstrafe nicht nur inhuman ist, sondern auch keine abschreckende Wirkung hat. Sie hoffen, dass der internationale Druck und der öffentliche Aufschrei schließlich dazu führen werden, dass das Urteil umgewandelt wird. Die zukünftigen Entwicklungen in diesem Fall sind schwer vorherzusagen. Während einige optimistisch sind, dass das Urteil aufgehoben wird, sind andere skeptisch und befürchten, dass die belarussische Regierung hart bleiben könnte. Es bleibt abzuwarten, wie sich die diplomatischen Bemühungen und der öffentliche Druck auswirken werden. Die Todesstrafe bleibt ein umstrittenes Thema mit tiefen ethischen, moralischen und rechtlichen Implikationen. Der Fall von Mark Hay ist ein weiterer trauriger Beweis dafür, wie dringlich es ist, weiterhin gegen diese Praxis zu kämpfen und für die Achtung der Menschenrechte einzutreten. Quellen Reuters, Deutsche Welle, Amnesty International. Autor Anita Farke, Samstag 15. Juli 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.